Willkommen und willkommen zu einem kleinen neuen Projekt, was den lieben Namen trägt, Terraria 2.0. Auf jeden Fall, ich mache mal wieder ein Display, wurde auch langsam mal Zeit. Aber ich bin nicht alleine, denn... Youngo ist auch dabei, wie man schon bei unserem Team sehen kann. Hallo, er wird mir Gesellschaft leisten, wir sollten anfangen, weil... ja, siehst du ja. Ja. Also, für Leute, die sich jetzt wundern, warum ich schon Sachen im Inventar habe, der Aufnahmestart war Fail. Wir wollten halt aufnehmen, haben auch schon aufgenommen und Begrüßungen und alles gemacht. Aber dann wollte Terraria nicht mehr so mitspielen. Nee, irgendwie gar nicht. Aber egal, das war jetzt von einer halben Stunde fast. Das blöde ist, es wird sofort nach, sobald wir auf den Server kommen. Was natürlich sofort klar war. Yay. Shit, man. Für das Gute ist, Jan, die Map ist mit Eisen. Sieht man ja auch unter dem. Oh ja, hier bei mir ist auch was. Ja. Das ist in dem Sinne gut, weil ich Welten hasse, wo kein Eisen drin vorkommt. Und auch die Welten gibt es. Weil ich meine ersten drei Welten war nämlich ohne Eisen. Was mich noch nicht ganz so angekostet hat, weil ich Terraria halt noch nicht gut kannte. Was denn? Ein bisschen ehrlich sein. Ich vermiss meine Kletterschuhe. Ja, ich vermiss meinen Sandsturm. Ach ja. Und meine Jesus-Schuhe. Und dies und das. Wir bauen erst mal eine kleine Provisor-Schürte über den Typen, dessen Namen ich immer noch nicht kenne. Warte, ich guck. Er heißt Colin. Über Colin? Colin, ich find den Namen lustig. Auf jeden Fall tut es uns leid, wenn wir halt hier nicht unbedingt die beste Aufwechslung haben. Dass es fällt, dass ich ein bisschen ziehen sollte. Aber ihr seid auch nicht die beste Netzplayer, okay? Okay. Ja, ich mach hier mal so ein bisschen Terraforming. Ich auch. Manchmal hier die meiste Zeit müsst ihr wissen. Gute ist, so können wir immer noch Colin befragen, ohne wirklich rauszumüssen. Also ohne rauszulassen. Colin ist unser Sklave, unser Bauarbeiten-Rezept-Sklave. Yay. Okay, das war gerade ein Leck. Auf jeden Fall, die erste Folge mach ich mal 20 Minuten lang. Den Rest werde ich vielleicht auch 20 Minuten lang machen. Vielleicht auch nur 15. Man sieht's dann. So. So viel Terraforming muss ich, glaub ich, auch nicht machen. Ich meine, wir müssen hier immer noch hochkommen. Ja, ja. Gerade so, gerade so. Deswegen mach ich das hier mal was besser. Ich fang jetzt erstmal an, unser Haus ein bisschen über Colin zu bauen. Mach das. Colin. So, ich hab da jetzt zwangsläufig einen Weg hingebaut. Steinhaus? Ja. Was ist das denn? Diese Hütte ist so wunderschön. Hier fühlt man sich gleich drin geborgen. So, ich mach uns mal einen Crafting-Table-Werkbank. Crafting-Table-Werkbank? Okay. Ja. Hier kommt ja in die Ecke. Da, wo die Tür hin soll. Nein, die kommt auf die andere Seite. Und auf die... Ach, egal. Mach, äh... Ne, nicht über Colin. Okay. Ich mach mal eben einen Ofen. Ich hab aber keinen Stein. Ich mach mal eben einen Ofen. Aber ich hab noch gar keinen Stein. Du kannst dir schon mal ein paar Türen machen. Okay. Ich hab zu wenig Stein für den Ofen. Ha. Ja, okay. Dann mach ich mir mal ganz provisorisch erstmal eine Rüstung. Zombie, 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 Zombie. Und ich mach die Tür auf den Spacko. Welche Tür? Ach, komm schon, Leon. Ich komm hier nicht raus. Ernsthaft, Zombie? Ah! Willst du mich schlaxen? Der Morbin greift. Ich wollte gerade ran. Wir sind Oberpower. So, und du bist fast tot, aber pscht. Hast du schon eine Holzrüstung? Ja, klar. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Du hast Rüstung, okay? Aua. Jetzt komm runter und kämpf wie ein Mann. Wie ein männliches Auge. Na, geh weg. Ah. Nein. Kämpf nicht ganz so männlich. Nein. Jan, hinter dir. Das männliche Auge hat gesprochen. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Sie kommen in mein Näher. Ah, Colin. Ha, ha. Ich was der SA, Colin schreien. Oh Gott, da ist ein Wurm. Ich hab einen Wurm gesehen. Okay. Ja, natürlich ist bei uns in den Zombies. Den bring ich nicht um. Oh, 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 oh. 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 Ah ja, ich, 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 ich verschlangen, wir, äh, wie kaufte, wir, äh, wir machen uns erst Mana-Sterne. Wenn wir auch wirklich einen Zauberstab haben, oder? Ja. Und ich, dass wir nicht. Weil jetzt können wir lieber für, äh, für mega Pfeile benutzen. Kannst du mir ja helfen? Binderball. Klick, 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 klick. Ja, okay, meine Maus müsste man genauso gut hören. Okay, ernsthaft schlägen. Jetzt mach einen verdammten Ofen. Ich hab einen Stein. Wie gesagt, ich hab zu wenig Stein. Immer noch. Oh, danke. Kann ich jetzt einen Ofen machen? Nope. Okay, warte. Warte. Kannst du irgendwie Slimes töten gehen? Ja, warte. Ähm, ich muss erst was gucken. Ähm... Wie oft ist sie denn noch Dreckblock? Boah, hast du dich runtergegraben? Hallo. Oh, Gott, Leon. Welch an? Verdammt, Schwert. Was hast du getan? Hilfe. Kannst du Fackeln... Ein Ofen. Dafür brauchst du drei Fackeln, 20 Steinblock und vier Holz. Oh. Ich töte mal einen Slimes. Hi. Was denn? Ich mach sie gut. Ich hätte mir ein Holzschwert machen können. Wir haben... Ah, ne, wir haben Kupfer-Schwert. Okay. Dumme Idee. Was hab ich bekommen? Ich hab keinen Kupfer... Ne, ganz viele Kupfermünzen bekommen. Ja, ich weiß den von mir und dir. So. Das ist heißen, aber ich geh erst mal Slimes töten. Würde ich, werde ich finden. Und von hinten. Spacko. Aua. Doch nicht so. Nee, du hast von hinten gesagt. Geh doch mal... Sterben. Ah, bitte. Ich bin gleich tot, mal wieder. Fick dich, nein. Todes Zombie. Ganz ehrlich. Guck mal, da wo... Siehst du, das ist ein Loch der... Loch der sehr kleinen Brücke. Oh, da bin ich rein. Da stand der... Da stand der Zombie drauf. Als ich atmen wollte. Man brauchte drei Fackeln, oder? Ja. Nein, ich hab zwei. das das war ja ganz ehrlich ich bin über das auge denkt so ha ha ausgetrickst was macht das auge es liegt noch mal an nicht dran ich will ja noch nicht raus auch gut das macht wenigstens bisschen schaden die machen aber auch schon naja wenn ihr ein bisschen so viel wie wir aber bei mir gerade vierfach okay ich gucke ob ich noch ein paar vasen finde für weil da sind ja fackeln drin so wie ich gerade bei mir gesehen habe und ich verstecke mich im haus okay ich nehme auch Holz mit weil Holz gut ist und es ist immer gut nein Zombie nein au geh weg ich hab ne Kiste gefunden ey was ist da drin? Cloud Stings glaube ich keine Ahnung ich habe immer irgendwas mit Cloud gelesen hast du darauf geachtet wann wir die Folge angefangen haben? ja oh ich nicht ich werde sterben Leon ja voll verarscht also nicht dich sondern Zombie wieso verarscht mich immer jeder Mann das ist dein Ende also nicht dein Ende oh aua ich habe keine Ahnung ich habe gerade einen Zombie umgebracht in dem ich einfach Bäume gefälterte okay okay ich habe gerade gelesen du wurdest angepisst ja Leon so ist Terraria du wurdest angepisst ja ich kann auf jeden Fall einen Ofen machen du 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 und ich kann ich habe Licht in die Sache gebracht das kann ich denn jetzt alles Neues machen oh gar nichts außer Fockeln ich habe 4 Eisenbar so ich habe ein Wolke in einer Flasche Wolke in einer Flasche Doppelsprung ich habe auch noch Strahlentrank schwacher Heiltrank und ja also ich finde wir können Colin jetzt eigentlich schon wieder rauslassen oder? ja komm ja Colin ich meine da wir jetzt auch ein Haus haben so sollte erstmal eine Beleuchtung reichen ich gehe jetzt mal hier Läufer stopfen Nen Nen Zombie Cyber Cyber Zombie nein das ist der Sieg der Katzenzombie Sie siehst nicht seine Krallen echt das ist ein Katzenzombie Ja geh doch weg wenn ich mit drauf schlage also ich bin voll gereckt also ich bin voll gereckt Idiotenfahle äh Colin jump Colin jump weiter ich pflanze mal kurz ein paar Bäume mach das ich bin mal hier als Eisenhorn mach mal lieber zu bevor Jol Jolin bevor Jolin hier wieder reinfällt so auf jeden Fall ich weiß dass bei so einem Lagerfeuer diese Heilerin kommt echt ja nein Colin geh wieder rein Colin ab ab rein ab rein ich bin erwachsen ich darf tun lassen was ich will ha er ist drin nur weil ich gar nicht auf nur weil ich grad ey 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 ich hab gar nicht auf dich gehört ich wollte rein gehen ich kann eine Kiste machen ich kann eine Schlüssel machen ich kann eine Schlüssel machen Alter Alter ähm ich hab krankes Trank und Campfire live Regen ist Campfire hab ich grad schon gemacht nur mal so nebenbei ach so deswegen ach so deswegen ich hab mich grad schon voll gewundert dann kommt die eine komische Duse keine Ahnung kann ich warte ich mach mal kurz was damit sie auch eigentlich auf jeden Fall kommen müsste das da schwängerst du jetzt Colin nein schade ich also du wolltest Colin schwängern das ist eklig das ist ein Junge Colin du bist ein Junge oder mhm so jetzt sollte ich eigentlich auf jeden Fall kommen jetzt ist ja so vermutlich so ich hab jetzt nen Holzbogen ich steck dir grad warte nein äh so also da vorne ist ganz viel Holz da vorne ist ganz viel Holz kommst du mit ein bisschen fällen weg hier in die andere Richtung fuck you ich darf wegfahren ok noch 6 Minuten bleib stein eh LP vorbei da 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 aua ja du kommst doch hoch oh schon ja ich will mich ja bei dem Doppelsprung hm hm ich nehme erst mal die Kiste mit macht ab ich frage mich grad nur wo ich bei Wolke Cloud gelesen hab ähm Leon ja nix ok ich hab grad vertan ich hab gedacht hier wären ähm Vogel der aggressiv auf mich war war es auch aber es war so ein klein Fisch aber ja immer das ist eine Schmerbe Flying Fisch Flying Schmerben Fisch Nein AHHHHH Der Flying Schmerben Fisch ist bei mir der heißt einfach nur Flying Fisch Leon aber wir nennen ihn äh Schmerbe nein ich nicht mit wir meint sich Kai und mich die Schmerbe leckt bei mir rum ok und jetzt ist da noch so ein Umbrella-Slime ich nenne sie auch schon fliegenfähig als mit dem okay 3 Stück 3 Stück waaaaaaa wakawa wakawa wau buch wau 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 Ah! Oh mein Gott, da ist noch einer. Lies sich die Arme wegreißen. Ehh. Ja, von dem Zombie, oder? Nö, von dem Slime. Auch wenn er keine Hände hat. Oder irgendwas anderes zum Packen. Köln, äh, Köln. Buh, Köln. Köln! Scheiß Köln, ey. Komm, geh ins Haus, es regnet. Du wirst krank. Ah! Nö, 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 nö. Hehe. Hehe. Mobbelkreis! Warum ihn kreisen und ich krieg auch's Maul? Warum liebt mich keiner? Ah ja, ich hatte im Übrigen zuerst vor, Musik in das Spiel, also in das Display einzufügen mal. Aber ich find die Terraria Musik ziemlich nice, muss ich sagen. Ja, besser als Minecraft. Aber ich, ich find die Macke Melody nicht störend. Die macht mich depressiv. Ja, du. Was? Ja, ich. Ja, du. Ja, du macht die aggressiv. Du macht die Minecraft Melody aggressiv, ja. Ich bin jetzt übrigens bei 416 Holz. Ja. Also das Einzelproduktiv, was heute gemacht haben, war Holzfarm. Hey. Und Colin einsperren und wieder einsperren. Ja, ja, komm. Ich hab' jetzt was eingesammelt, wovon eigentlich ein Typ kommen müsste. Ich hab' nämlich Farbe eingesammelt. Okay. Ja, ich hab' ja auch Farbe gefunden. Ja, Jan has' Farbe gefunden. Achievement. You have found, eh, Colum. Äh, Farbe. You have found, eh, Farbe. So, mit Doppel W am besten. 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 FABÖ. Auf Ruhe. Ach gut, ich renne noch schnell zu dir. Und würd dann sagen, dann beenden wir den Part. Komm schon besser, Sprinting Clouds. Er retet mich vor den Fischchen. Vor den Fischchen. Ah! Scheiß Clouds! Ah! Ja, der Fisch war irgendwie dämlich. Der flog genau über mir, äh, ein bisschen schneller. Und ich hab' ihn mit dem Schwert geschlagen, was keinen Rückstoß hat. Nach wie vor, es ist ge... Storben. Colin? Ich, ich, äh, ich mach das mal, ich mach das Gelände mal Colin sicher. So, also das war's mit diesem Part von... Ich komm ja. Achso. Ne, ich, ich, ne, ich steck grad, äh, Colin wäre da hochgegangen, deswegen war ich eben still. Also, das an diesem... Das war's, das war es mit diesem Part von Let's Play Together Terraria. Dann würd ich sagen, wir verabschieden eul, äh, uns und euch mit einem herzlichen Glückwunsch. Was irgendwie auch gar keinen Sinn gemacht hat, aber egal. Dann bis zur nächsten Aufnahme. Ähm, auf Wiedersehen. Ciao.